Hallo Guys und herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren epischen Part. King's Feet! Wir starten direkt hier vor dem ekligen Drachen. Ich hab das hierhin gespielt. Und Leute, dieser Ficker wird heute down gehen. Oh, ne Mühe! Ja, komm mal dein Mull, Junge. Allein mal dein Mull und stirb! Also dein Gesicht ist auf jeden Fall anfällig für mein Schwert. Das ist schon mal gut. Blue Potion! Ich hab noch alle meine 10 Blue Potions. Alles ist cool. Nur die Laser von diesen Kackfüchern nerven. Vielleicht kann ich sie irgendwie umbringen. Aber ich bin mir nicht sicher. Hauen wir ihn einfach aufs Maul! Alter, was für ein Ekelhafter. Aber gerade hat meine ich... So ein Laserding... Ein Angriff auf ihn abgewehrt. Also abgefangen, besser gesagt. So ein ekelhaftes Stück Kacke. Ich will gar nicht wissen, wie viel AP du hast. Du Arsch! Blue Potion! Die gehen mir gar nicht aus oder so. Oh mein Gott! So ein ekelhaftes Stück. Ich hasse das Vieh so hart. Hab ich das entwischt? Das ist ja mal gut zu wissen. Ich glaub aber schon. Fick dich! Oh mein Gott! Diese scheiß Laser bringen mich um. Dieser Kampf pisst mich so an. Vielleicht sollte ich ja ernsthaft mit dem Bogen kämpfen. Vielleicht wäre das besser. Ich weiß es nicht. Sorry Leute, ich wollte versuchen, mich wieder da durchzuglischen, wie bei dem einen Part, wo es fast funktioniert hat. Das wäre amazing. Das würde uns so viel Nerven sparen. Mit uns meine ich mir. Ah ja Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay Leute, da sind wir wieder. Ich glaube, diesmal gucken wir mal, ob wir nicht den Bogen benutzen wollen. Versuchen wir das einfach mal. Fick dich, du Arsch! Diese Explosion ist so übertrieben, ja? Dieser sicke, riesige Feuerball reicht doch eigentlich schon. Wieso muss der noch explodieren? Leck mich! Er hat irgendwelche sicken Energiewellen aus der Hölle. Und ich habe einen Pfeil und Bogen. Wow! Breath! Holy shit, gerade im richtigen Moment noch. E-Kraft ist scheiß Vieh! Fick dich! Gehört zu geile Blue Potion. Breath! Mein Scheiß! Wenn ich mich bewege und er sich drehen muss, kann er in der Zeit nicht angreifen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg hier. Fick dich! Fick dich! Du bist viel zu fett, dass du dich vernünftig bewegen kannst in deinem Leben. Holy shit, ich sterbe. Fick dich! Friss! Boah, ich hasse das Vieh so sehr. Ich hoffe, wir haben noch genug Pfeile. Fick dich! Fick dich! Aber das ist, glaube ich, ein guter Anfang für den Kampf, weil wir jetzt schon mal relativ viel Schaden mit dem Scheiß machen können. Das ist, glaube ich, schon ganz praktisch. Ich benutze mal meinen Breath. Oh, ich konnte meinen Breath nicht benutzen, weil ich keine MP hatte. Okay, mein Fail. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Da sind wir wieder. Versuchen wir es nochmal. Ah ja, richtig. Ich sollte noch den Bogen equippen. Sexy. Okay, legen wir los. Ich will ihn direkt hier schon ankacken. Fick dich. Wir benutzen mal den Earth hier. So, er macht seinen singen MLG Pro Dance. Fick dich. Wir rennen da lang. Fick dich. Fick dich. Das ging gerade, aber besser. Wow, ich wollte ein Item benutzen, verdammt nochmal. Blue Potion. So, du Ekliger. Fick dich. Boah, ich hasse das Biest so hart. So. 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 Und Breath. Und dann rennen wir erstmal. Okay, alles cool. Dieser scheiß Laser geht mir so extrem auf den Piss. Wir gönnen uns unser Earth Heal hier. Und rennen. So ein ekelhaftes Stück. Okay, wir gönnen uns unseren Breath Zauber. Das wird, das wird, das funktioniert so. Oh, fuck. Ich bin, äh, in meinen Tod rückwärts gelaufen. Das könnte ja jeden mal passieren. Bis gleich. Okay, Leute. Das sind wir. Äh. weg. Fuck. Dieser scheiß Laser. Vielleicht sollte ich die Laser wirklich erstmal wegcracken. Sollen wir das mal versuchen? Aber dafür sind mir die Pfeile zu schaden. Müsste ich das mit Nahkampf machen. Machen wir vielleicht sogar. Aber zuerst hauen wir alle Pfeile, die wir haben in seinen verdammten Ass. Denn er soll ein bisschen leiden. Denn das wäre Tool. Fick dich. Wow. Ich hasse ihn so hart. Hauptsache wir sehen so einen scheiß Laser. Guck mal wie scheiße der Seite ist. Naja wie ein Laser halt. Seit wann gibt es eigentlich Space MLG Pro Laser für Drachen. Ja. Welche Körper verkauft so einen Scheiß? Bref. Fucking shit. Stop. Bref. Ich bin so froh, dass wir diesen Zauber haben. Okay das war knapp. Leck mich. Du Arsch. Bin ich pisst auf dieses Vieh. Obwohl. Geht eigentlich. Noch, noch bin ich nicht am Ragen. Noch bin ich nicht am Ragen. Das kommt noch. So ein ekelhaftes Stück. Fick dich. Ja warum war dieser Pfeil dich jetzt getroffen hat. Hey ich beschwere mich ja nicht. Warte mal. Haben wir etwa... Wir haben keine Pfeile mehr. Okay alles was... Jetzt bleibt es unser Schwert. Es wird Zeit dies zu beenden. Verdammte Scheiße. Oder unsere Magie. Ich könnte auch mit... Mit unserer Magie hier weitermachen. Ich glaube das mache ich sogar. Ist halt etwas ekliger und nerviger. Aber hey. Wir suchen mal den Steinzauber. Und teilen uns halt nur mit so einer Scheiße hier. Alter wie der Scheiß Stein abgefallen ist. Das Problem ist, dass ich natürlich super langsam bin mit dem Scheiß. Fress. Und aber ich treffe ihn einfach so nicht. Oder treffe ich eher seinen Körper. Ja das hat besser funktioniert. Warte. Digga friss. Knabber am Stein Schnucki. Warum? Unsere letzte Blue Potion. Ich komme nicht klar. Ja. Ja. Wichtig. Okay wir müssen uns unbedingt heilen. Aber wir haben nichts mehr Gutes. Deshalb schlage ich vor. Wir nutzen einfach deinen Dragon Ball. Oder? Nein. Ein Airflop wird gut sein. Ja das reicht noch. Ja. Fick dich. Ich würde es interessieren. Wir aber auch richtig heftig zurückgeschmissen wären. Weil wir ihn getroffen haben. Ich hoffe er stirbt bald. Warte mal. Kann ich nicht tatsächlich sogar mit dem Truthglass mir das Ding anziehen? Nothing happens. Danke Truthglass. Ich dachte ich kann diesen Gegner analysieren. Und vielleicht seine Schwächen herausfinden. Aber okay. Never mind. Motherfucker. Er friss. Ich glaube mein Schwertangriff hat nicht getroffen. Das ist etwas traurig. Aber ein bisschen Weed. Und dann geht es uns wieder gut. Wie in Real Life. Oh mein Gott. Okay okay. Ich bin erstmal weg. Chill 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 chill. Du Scheißdrache aus der Hölle. Boah dieser Drecking Laser ne. Der Kampf wäre schon um einiges einfacher. Wenn die einfach nicht existieren würden. Fick dich. Hab ich ihn erwischt? Ja ich glaube schon. Oh mein Gott. Der meint das doch nicht ernst. Drang Ball. Hätte ich den Drang Ball jetzt nicht benutze, wäre ich tot Leute. Ich bin mir sicher. Er friss. Oh mein Gott. Holy shit war das knapp. So ein ekelhaftes Stück. Aber dahinter ist ein Schwert oder so. Das will ich unbedingt. Wow chill. Ich wollte mein scheiß Earthworm benutzen. Ja. Gib mir mein Weed Boy. Er friss. So ein ekelhaftes Stück Kacke. Ich wollte Dingens angreifen. Das Laser Ding. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich erhofft hab. Friss. Boah was für ein Biest. Kann das hier bitte mal sterben. In der Welt des Minecraftens. Fick dich. Vielleicht mach ich mehr Scham, wenn ich seinen Kopf treffe. Vielleicht geht der Scheiß Stein auch einfach durch seinen Kopf. Das geht auch. Gott. Will ich einfach an meinen Weed wegkiffe. Ja. Ich brauch das noch. Ich glaub ich hab ihn nicht getroffen. Ich glaub ich muss ernsthaft auf seinen Körper zielen. Hey. Aber seine eigene Explosion hat ihn getroffen. Das ist wieder interessant. Das können wir vielleicht wieder so für uns benutzen. Wie bei dem anderen Spasten. Der hatte eine Wunde. Das seh ich ja erst jetzt. Haben wir das gemacht? Oder war die schon davor da? Ne, das ist Gimmick, wenn die von uns ist. So, geiles Earth Herb. All das geile Weed. Fress. Du Arschvieh. Das Vieh existiert einfach immer noch. Dieser dreckige Gläser. Sorry, dass mein Kommentarier nur daraus besteht, dass ich sage dreckige Gläser und dieses Scheißvieh. Aber Leute, dieses Scheißvieh. Und dieser dreckige Gläser. Oh nein, den fall ich einfach runter. Weil er mich wegstößt. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Nächstes Mal will ich gucken, ob unsere Feuermagie was gegen ihn bringt. Das wäre nämlich sehr interessant zu wissen. In der Welt. Also fick dich, du Arsch. Yo, hab ich damit so einen Laserding kaputt gemacht? Ich glaub schon. Sick. Schon wieder so eine Scheißleserding getroffen? Hier, fick dich. Du Arsch. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Lesedinge kaputt mache mit dem Feuerzauber. Nein, ich hab einen Dragon Ball benutzt, ich dumm Kopf. Egal, fuck it. Wir machen einfach weiter. Blue Potion. Du Arschvieh. Vielleicht kann ich so diese Scheißleser ernsthaft loswerden. Das wäre optimal. Ja, piu, piu. Oh mein Gott. Ich hab so Angst. Gott sei Dank haben wir die Blue Potions heute, sonst wäre das nicht schaffbar. Ernsthaft. Er, friss. Er, friss. Fuck. Es ist einfach in die Lehre gegangen. Ist das dein Ernst? Ich dachte, das ist ein Auto-Ziel. Scheiß Ding. Okay, ich hab jetzt schon keine Pfeile mehr. Das ist unschön. Puh. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt das Ice Blade. Eis und Feuer funktioniert nicht so gut. Scheiße, stimmt. Dann nehme ich mir jetzt mein Schieden. Okay. Das Schieden ist ja auch recht schnell, deshalb sollte das keine Eisbladen sein. Allzu schlechte Wahrheit sein. Alter. So, ein ekelhaftes Stück Kacke. Will ich durch den Scheißkopf nicht da rankommen? Ist das dein Ernst? Sah aber vielleicht für euch nicht so aus, aber ich konnte gerade nicht durch, weil da quasi die Hitbox des Kopfes scheinbar war oder was weiß ich, was mich aufgehalten hat. Auf jeden Fall konnte ich nicht da lang laufen. So, ein ekelhaftes Stück Scheiße. Ich hab keine Ahnung, ob ihr das überhaupt trifft. Weil der Scheiß nicht irgendwie zu schreien oder so. Kann ich die mal bitte mal erwischen in meinem Leben? Oh, der hat ja doch Flügel. Die sind mir gar nicht aufgefallen davor. Fick dich! Ja, okay. Das hat ihn erwischt. Das ist gut. Holy shit. Ich glaub, die Explosion hat ihn auch erwischt. Das wäre natürlich optimal. Ich glaub, das ist in dieses Laser-Ding gefallen. Aber ich seh nicht, dass die Laser-Dinger irgendwie weniger wären. Also, ich glaub nicht, dass wir sie irgendwie wirklich umbringen können. Oh mein Gott. Ja, Leute. Wir smoken das Weed. Wir gönnen uns richtig. Holy shit. Okay. Fuck. Fick dich! Okay, da bin ich selbst schuld. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir wieder. Wir fangen wieder mit dem feinen Bogen an. Weil, warum nicht? Fick dich, du Arsch. Du stürbst jetzt. Friss meinen Scheiß! Boah, ich hasse ihn so unermesslich. Heilige Scheiße. Boah! Dieser Drache. So ein ekelhaftes Stück Kacke. Beweg dich auch nicht. Wer denkt sich auch nur so. Nee, dann steh ich hier einfach. Fick dich! Oh Gott! Okay, das könnte uns töten. Das ist ein Problem. Aber alles cool. Könnte uns töten. Aber alles cool. Alles cool, guys. Fick dich! Ja, das hat ihn, glaube ich, getroffen. Nice. So, ey, weißt du, das hat ihn, glaube ich, getroffen. Ich wörter, der hat nicht einen HP Schaden bekommen. Jetzt, Leute. Plot Twist. Feuer regeneriert ihn. Ich würde so heulen. Stopp! So ein ekelhaftes Stück Scheiße. Leute, was war eigentlich für euch euer ekelhaftester Bosskampf, der am nervigsten war und am stärksten war und euch am meisten auf den Sack gegangen ist? Das würde mich interessieren. Ich habe einige schwere Bosskämpfe in meinem Leben schon gemacht. Doch, aber alter, dieser Ficker, der regt mich schon so hart auf. Weil das Problem ist, dass da er so diese krasse Wollower-Wissab-Magie hat, Laser auf seiner Seite hat oder auch nur so richtig viel Schaden macht, komme ich mir super machtlos vor. Bei anderen Bosskämpfen ist es wenigstens relativ fair, wie zum Beispiel bei Kinemati-Firot. Da kommst du ja irgendwie klar, früher oder später. Ja? Aber bei diesem Scheiß-Drachen, guckt ihr euch mal an, wie kacke das ist. Wie hat ihn das eigentlich nicht getroffen? Wie ist das eigentlich möglich in der Welt, dass Minecraft ist? Okay, jetzt habe ich ihn getroffen, glaube ich. Das ist gut. Ich hasse ihn so hart. Leck mich. Nee, Magic benutzen wir nicht. Wir hauen ihn auf Small mit unserer Magic. Friss! Okay, das habe ich einfach verfehlt. Das sehe ich ein. Habe ich ihn erwischt? Ich kann ihn nicht weg! Ja, okay. Dann schlitz ich einfach ein bisschen rum. Das geht auch. Genug Weed habe ich. Nope, er schubst mich dann einfach in meinen Tod. Was ist das für ein Bosskampf? Okay, guys. Okay, diesmal habe ich eine Idee. Diesmal habe ich eine Idee. Wir nutzen dann unser Missile-Shield. Denn dann können uns die Laser nicht so viel machen. Das ist, glaube ich, ganz klug. Fickt euch mit euren Scheiß-Lasern. Das bringt euch jetzt gar nichts mehr. Aber die machen immer noch guten Schaden. Fuck. Das könnte problematisch werden. Friss! Wow, ich sterbe! Wow, ich sterbe! Durch die Scheiß-Laser. Danke, Missile-Shield. Du bist gut. Du bringst es. Aber ich glaube, wir bekommen wenigstens etwas weniger Schaden. Deshalb ist das wohl okay. Mit grüner Aura werden wir dich vernichten. Du Stück Kacke. Ich hoffe, sein Kopf fällt ab oder so. Oder bekommt irgendeine... Okay, das war etwas scheiße gezielt. Scheinbar. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fuck. Blue Potion. Fick dich. Fick dich. Friss. Oh, ich glaube, es hat ihm wirklich wehgetan. Das ist gut. Das ist immer befriedigend, wenn er vor Schmerzen schreit. Oh, fuck. Mein Missile-Shield. So viel dazu. Blue Potion. Äh... Und so ein Irr-Verb. Das soll reichen. Okay, jetzt nutzen wir unser Missile-Shield wieder. Und eine Blue Potion. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Das wird schon. Irgendwann. Vielleicht. Ich glaube, wir werden wieder sterben. Okay, fuck. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist eklig. Dann nehmen wir wieder unser Schäden. Und... Der Blue Potion. Ich glaube, ich versuche einfach die ganze Zeit auszuweichen und mich hoch zu heilen. Und Magie in seine Fresse zu schießen. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich da hinrenne und wieder an meinen Tod falle. Also chillen wir mal ein bisschen. Bläsen die Scheiße raus. Treffen nicht. Sehr gut. Danke. Laser. Stück Scheiße. Was auch immer. Ich merke übrigens nichts vor meinem Schild. Ich sterbe immer noch. Hätte ich mehr Pfeile, wäre das irgendwie geiler. Habe ich da noch Kristalle über? Nee, Crystal Shard allerdings. Oh, es regnet. Wie angenehm. Ich hoffe, das hört ihr nicht im Mikro. Ach, oder eine Armbrust oder so. Ich habe ja auch Armbrust-Scheißdinger. Weil so wird das ja ewig dauern. Da habe ich irgendwann kein Weed mehr. Fuck it. Wir müssen angreifen. Also, physisch. Sonst auch. Tja, voll sein Halt erwischt. Das ist sehr gut. So ein ekelhaftes Stück, Kacke. Fick dich. Ich dachte ernsthaft, ich falle jetzt runter. Das wäre so ekelhaft. Hat es sich gerade selbst Schaden gemacht? Hey, Motherfucker. Was passiert, was passiert, wenn ich ihn dazu bringe, sich erstmal nach rechts zu dödeln? Ja, kommt auch weiter nach rechts. Dann renne ich einfach fucking schnell hier hin. Hier. Warte, bis er sich wieder dreht. Und dann sterbe ich. Das funktioniert gut. Ich habe mich letztes Mal so... Ich bin über ihn gestiegen. Irgendwie so. Versuchen wir das mal. Au. Da war sein Kopf im Weg. Von ihm Drachen. Niemals mag sie. Ah. Nein, fuck. Ich glaube, ich war einfach richtig lucky beim letzten Mal. Ah. Okay. Versuchen wir es nochmal. So ein Kackvieh. Ja, ist ja gut. Hör auf. Fuck. Oder wir haben einfach Schaden gemacht, während das passiert ist. Kann das sein? Wisst ihr, was ihr eigentlich auch versuchen könntet? Was vielleicht sinnvoller wäre, zaubertechnisch? Äh. Die Firewall. Versuchen wir das mal. Weil wenn die Scheiße in ihm drin ist, macht das, glaube ich, extrem guten Schaden, weil der so fett und kacke ist. So, dann machen wir das mal. So ein ekelhaftes Kackvieh. So, hier. Hier will ich die Scheiße haben. Hau rein. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, wie ich es wollte. Fuck. Ich glaube, das muss ich unter seiner Fresse machen oder so. Wir schießen das Ding mal so ab. Fuck. Ich glaube, ich habe ihn wieder verkackt. Kann ich den überhaupt damit treffen oder fliegt das einfach durch und durch? Ich glaube, es fliegt einfach durch und durch. Weil, ey, das Spiel ist scheiße fair. Frisst. So ein Wichser. Boah, bin ich wütend. Boah, bin ich wütend. So, vielleicht hier so. Das bringt mir einfach nichts. Nicht mal die... Der Zauber funktioniert hier nicht mal, oder was? Sonst kommt doch immer so eine Wall noch nach oben geballert. Oder was? Eilers, geile Weed. Ich check's nicht. Ich glaube, es ist bei dieses Dingens... ...bei diesem scheiß Dragon Ball hier reingehauen worden. Das muss doch irgendwie gehen. Oh! Da hat der Zauber auf einmal funktioniert. Als er mich umgebracht hat. Fuck! Okay, versuchen wir's nochmal. Okay, Leute. Da sind wir wieder. Feind Firestorm. Wir nehmen mal Firewall. Okay, mal sehen. Vielleicht klappt das ja diesmal besser. Schlechter kann's ja kaum werden. Was bis jetzt eigentlich, wenn ich hier nach rechts gehe? Oh, er dreht sich schon so zu mir. Okay, dann fick dich. Hier, frisst! Ich glaube, das ist gegen dieses Gelbe Stück Scheiße da gefallen Deshalb hat das jetzt nicht funktioniert Fucking Shit Schon wieder hat dieses gelbe Stück Scheiße das abgefangen Fuck Ja, fuck dich Alter, dieses gelbe Ding, seht ihr das an seinen Eiern? Es hat ihn einfach voll protected Boah, ich hasse das so hart Unfassbar So ein Stück Kacke Mit seinen dreckigen Nottenlasern Alter Dieses Fickvieh ist einfach direkt dahin geflogen Als ich meinen Zauber geschossen hab Das ist doch kein Zufall mehr Also irgendwer will nicht, dass ich Ihn mit meiner Firewall treffe Den Arsch Erfress What the fuck Okay, das ist kein Zufall Das ist absichtlich so Diese ganzen Kackviecher sind dafür da Um ihn vor meinen Zaubern zu beschützen Und ich hab keine Pfeile mehr Doch, hab ich Warum hatte ich denn gerade keine? Hä? Okay Toll, jetzt treff ich nur so ein Stück Kacke Was völlig uninteressant ist Wenn ich ein paar Mal damit treffe Das wär so awesome mit der Firewall Fuck Wisst ihr was? Fuck it Ich guck mir mal an Wie Leute im Internet das machen Und im nächsten Part Zerstören wir ihn dann Bis dann Leute Ciao Ciao